Leute, heute spielen Ben und ich wieder eine freshe neue Folge Minecraft, aber heute mit sieben neuen Muttern und Ben. Ich bin auch ein Mutant, sagst du? Ben ist auch ein Mutant. Nein, ich wollte hier mit coolen Emotes, wollte ich hier, aber die kosten alle vier... Oh, ey. Oh, Mensch, da. So, wir haben hier eine coole Map vorbereitet bekommen. Und zwar befinden sich hier in unterschiedlichen Biomen verschiedene Mutanten. Wir können auch nochmal unten ins Labor gehen. Da ist schon so der ein oder andere Mutant in seinem Reagenzgläschen drin. Gucken wir mal nach. Dieser hier. Wow. Wir haben hier so einen komischen Mutanten, der hat vier Kabelstown in der Hand. Hey, guckst du gerade in den Spiegel oder was los? Na, danke schön. Hier haben wir so eine mutierte Schwinne. Okay, bewegt sich aber gerade kein Stück. Und hier haben wir einen mutanten Muskelhasen. Was ist das denn? Okay, es ist Zeit für den Survival Mode. Und Leute, es ist auch Zeit, dass wir hier zu liken. Oh, yeah. So, Ben wartet schon oben auf uns. Wir fangen am besten in der normalen, halbwegs normalen Welt an. Dann gehen wir in the Nether. Und wir gehen einfach mal da hinten hin. Ach, wir sind in der Kuppel jetzt. Okay, I understand. Wir sind in der Kuppel drin. Schön, dass du mir übrigens kein Essen abgegeben hast. Nee, das ist eine Spielzeugwelt. Oh, Entschuldigung. Hier. Hier, nimm meine gesunden Veggie-Karotten. Und vegan. So, wir sind jetzt hier in so einer... Das Osterbion. Ostern. Oh, Echse machen doppelt so viel Damage. Hier in diesem Bion. Du hast gerade richtig komisch betont. Du hast gerade richtig Roboter-Stimme gehabt. Echt? Aber du warst auch komisch. Gerade wir waren zusammen komisch. Da ist der Killer-Rabbit. Da unten. Da ist ein Killer-Rabbit. Das ist ja er. Mega-Spawner. Und der hat irgendwas gefangen. Nein, das ist ein Spawner. Ach so. Ah. Okay, wir müssen hier irgendwie einen Weg finden, runterzukommen. Aua, 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 aua. Und der einfachste ist Never Dig Straight Down. Überlebe ich das? Ah, hier. Perfekt. Aber wir haben doch, wir haben eine Axt. Na sicher. Aber wir haben keine Leiter, der one-hitted uns. Der one-hitted uns doch nicht. Sein Bizeps ist Mashallah und der ist auch echt aggressiv hier gerade. Komm, jawohl. Okay, der braucht lange zum Angreifen. Wie so Creeper-mäßig, da können wir... Jo, das ging schnell. Ich habe seine Waffe. Killer-Axt. Alter. Das war dieser eine Moment, über den ich mich hier gerade gebräut habe. Was? Das war doch gar zu groß. Ich habe beinahe auf Hauptmenü gedrückt. Das ist mir ja noch nie passiert. Elina, du kriegst als Entschädigung die Axt. Oh, wie nett. Aber bitte klopp mich nicht weg. Ich habe ein Buch übrigens auch bekommen. Das Killer-Rabbit-Buch. Pass auf, ich kann vorlesen. Er wird, ja, das wissen wir alles schon. Hat eine starke Attacke, hat eine leichte Attacke. 45 Herzen und verliert. Ah, den kann man... Ah, jetzt ist das Crafting-Rezept. Das brauchen wir. Den kann man craften dann noch. Sag mal, wo ist denn hier überhaupt die nächste Area? Also die eine... Wenn man auf die Karte uns merken müssen. Ich habe auf die Karte geguckt, aber dann bin ich irgendwie doch einen anderen Weg gegangen. Die sieht man ja von Weitem, so ist ja jetzt nicht. Naja, also diese Easter-Area, die hat man von Weitem gesehen. Ohne Probleme, aber die andere Area... Das hier könnte doch einer sein, dieser Wald, oder? Die sind irgendwie in der Kaste noch. Oh ja. Ah, siehst du? Grim Forest. Oh Gott. Ach, da bist du. Hier ist eine Spinne, aber die sieht normal aus. Aber die können wir auch fetzen, weil sie uns hier wieder angreifen will. Was wartet denn hier auf uns, der Grim? Grim. Das wäre eine Possibility. Hier unten ist... Oh, da ist safe, so eine Spinne. Das erinnert mich gerade an Harry Potter. Wie heißt die Spinne bei Harry Potter nochmal? Ähm... Scheiße. Aragon. Nee, das war Harry Potter, glaube ich. Oder? Aber so ähnlich. Aragon. Nee, das war Harry Potter. Ich meine, ja, der Riege. Aber die hieß so ähnlich. Aragnock oder so. Edina, du machst das schon. Ich mag Spinnen nämlich nicht. Ja, okay. Wisst du das hier, der Endgegner? Weiß ich. Weiß ich. Wir sind Squid-Around. Ey, da ist sie doch, Edina, ey. Da ist sie, die shootet, die shootet. Die kann shooten. Was kann sie? Ja, schießen. Oh nein, ich hänge eine Spinne jetzt und da ist ein Creeper. Oh no. Aber die kann auch beißen. So eine fette Spinne. Stellt euch vor. Eine zwei Meter große Spinne. Oh shit, ich bin fast tot, Ben. Absolut easy. Hat sie was gedroppt? Ja, Spider-Slinger. Oh ja, jetzt kannst du schießen. Oh, hör auf, ey. Das ist fettig. Ey, Leuchtskirz. Guck mal, die sieht man im normalen Minecraft nie, weil die sterben da immer. Man findet immer nur so diesen Leuchttinten, sag mal. Man sieht die nie gehen. Ja, das stimmt. Das hat Minecraft nicht so nice. Das ist gelöst. Ah, shit, ich hänge fest. Ich bin genau das selbe Ding reingelaufen. Long, also langbeinige Spinne heißt die. Long Bone Spinne. Long Neck Runner, Idina. Weißt du, wer der Weltrekordhalter ist? Dr. Banks. Ich habe das nächste Gebiet, Idina. Das hast du bestimmt noch nicht gesehen. Das habe ich bestimmt noch nicht gesehen, ja. Okay, das sieht mir mega nach End aus. End Castle. Eine Endburg. Eine Endburg mit dem Wasserähmer. Ich hätte lieber so einen Spider-Man geschossen, damit ich mich jetzt hier hoch sein könnte. Das ist ja Käse. Ja, das stimmt. So ein Web-Shooter, wo man sich so hoch machen kann. Aber wie geht es denn hier hoch, du? Müssen wir uns... Kraxeln. Kraxeln, sagst du? Gibt es hier keine Treppe? Ist das hier nicht besucherfreundlich? Es gibt safe eine Treppe, oder? Oder wir holen... Wir achseln einfach. Guck hier, wir nehmen unsere Axt. Ich bin dort. Stark. Rette dich, Idina. Da ist ein Mutanten-Zombie. Nee, ist ein Normaler. Ist ein Normaler? Ich dachte schon. Okay. Oh, no. So, warte. Ich weiß, dass es keinen Weg gibt. Ich habe jetzt keinen gesehen. Wahrscheinlich an der einen Ecke. Oh, nee. So. Zehn hiervon. Vier davon. Keine Ahnung, was ich... Das Skelett, Ben. Deine Security-Arbeit ist hier nicht gerade gut. Habe ich am Kopf bekommen. So. Stairway uns jetzt nach oben, Ben. Oh. Nicht in dieser Version. Sonst könnte ich... Ja, stimmt. Hier ist ja... Ach so. Alles klar. Ich zeige, dass man hier auch fast bütschen kann. Zeig dir, dass Elina kommt. Nee, ich will doch nur nach oben. Ja, ich mache das schneller. Guck. Ich will doch nur nach oben. Lassen Sie mich in Ruhe. Hier ist eine Menge kreing Obsidian. Das bauen wir auch ab, damit wir hochkommen. Das alles abbauen. Wenn ich das sage, sie wieder bräuchte, dann das alles abzubauen. Oh, Mann. Wie lange braucht ein Obsidian-Block überhaupt? So, zehn Sekunden? Neun. Ich glaube, neun war die Antwort. Bei Wer wird Diamantionär? Ja, das können wir auch mal spielen. Ich bin übrigens hier oben und da gibt es nichts. Ich würde jetzt nicht erholen. Echt jetzt? Also, auf jeden Fall ist hier kein Boss. Oh, was? Ist er auf der anderen Seite? Hier ist halt so ein Raum, aber mehr als Bücherregal und eine Ender-Chest findest du hier nett. Aber hier sind Drachenköpfe. Also, wir sind hier schon richtig, denke ich mal. Oder man muss in den Keller, Elina. Hast du darüber mal nachgedacht? Ach, ach, da gibt es einen Keller? Ja, hier ist auch eine Kiste. Und der Kiste ist ein Ender-Wallerskull. Der sieht heftig aus. Wow. Toll, Ben. Danke, dass du nicht gesagt hast. Ich wollte extra für uns beide hier die Sachen farmen. So. Und dann kommst du an und baust dich einfach illegal hier hoch. Ach, du bist doch gar nicht oben. Ne, ich wollte uns eine Treppe nach oben bauen, damit wir da schön gemeinsam raufgehen können. Du bist ja hier weit oben, ey. So. Huch. Ja, das sieht mir irgendwie schon richtig aus, ey. Wo ist denn die Treppe? Äh, ne. Ey, die hört ja hier einfach mitten in der Luft auf, deine Treppe. Naja, weil du dann gesagt hast, dass du da drin bist, dann bin ich schnell zurückgerudert. Junges, bin ich extra hingelaufen. Du warst doch im Haus. Ah lol. Als ob es hier reinging. Ja, je war der offizielle Weg. Naja, hat eh hier nicht reingeführt. Ja, aber oben ist halt nix, ne. Aber unten ist was. Habe ich diesen hier gerade zacken Kopf. Zeig mir den Kopf, yeah. Ja, schade. Oh, das wäre so cool gewesen. Hier. What? Das ist der eine Typ, den ich unten im Labor schon gesehen habe. Das ist ein richtig abgefahren. Der war hier unten, der Kopf. Das ist ein richtig abgefahren. Das heißt, wir sind ja ganz weit nach unten. Ne. Ah, es geht noch weiter nach unten. Boah, der wird schwierig, Ben. Du musst den Enderdrachen besiegen, bevor du in dieses Areal kommst, Elina. Ah, lol. Auf die schnelle Welle haben wir es den Enderdrachen besiegt. Deshalb können wir uns jetzt den guten alten Endruler gönnen. Der muss jetzt hier... Der muss erst mal spawnen. Spawnen. Der muss erst mal klarkommen. Ich kann uns den schon angucken. Boah, der sieht krank aus. Oh, er sieht richtig crazy aus. Ich glaube, wir sterben dabei. Ah, Ben ist da. Der schießt. Ne, der schmeißt Steine. Der schmeißt Steine. Mach du mal. Mach du mal. Jawohl. Ja, oh. Das war ja eine Lusche. Der war ja schwächer als der Enderdrache. Ich habe nochmal so einen Schädel bekommen und ein Büch. Und ein Büch. Ah, wie man den gekraftet, ne? Ja, ja. Dann war das ja voll unnötig, dass wir den gekillt haben. Wenn eh seinen scheiß Kopf da... Kann sein Kopf vielleicht was? Oh, ja doch. Der kann was. Ach, das ist eine Waffe. Ah, teleportieren. Ja, der kann sich teleportieren. Aber dann haben wir den ja wie schon da vorbekommen. Toll. Na so. Der ist aber sehr spendabel. Guck mal, dann können wir uns jetzt mega schnell zur nächsten Demon Area. Radioactive Desert. Ben, mach nicht, dass der Server abstürzt. Ein Schilderwasser hat einen coolen... Radioactive Zone. Jetzt können wir auch mega schnell die Leute hier finden, da. Ich hab's. Ich hab's sofort gefunden. Ich steck fest. Hier blubbert's. Ey, ich steh, glaube ich. Ich hab's die Luft grad an oder so. Nee. Er ist ja so jemand. Er ist hier. Guck mal. Ah, ja, ein Creeper. Das ist so ein... Wow, der fliegt über mir. Verliert der? Das ist ein Money Creeper. Das ist Dr. Banks Creeper. Er hat mich gekehlt. Ja, weil er die Luft gesprungen ist. Äh, gesprungen. Luft gesprungen. Joho. Wow, sieht ja übel cool aus. Guck mal. Hinter diesen zwei Creepers. Ja, warte hier. Da ist er, das ist er wieder, das ist er wieder. Ich kümmere mich um den Atzen. Weil er wanderte dich. Ja, warte. Ich hab Rückstoß. Er explodiert. Warte. Hier, hier. Oh, ich hab seine Sachen eingesammelt. Ja? Ja. Das waren Eier. Creeper-Eier und TNT. Da hab ich mir was Besseres erwartet, du. Guck mal hier. Ja, der... Skelett, ein Industrie-Skelett ist das. Wir sind nämlich in verlassenes Industriegebiet. Alter, die... Hä? Die Brustplatte macht uns übel stark. Ich hab mehrere Herzen. Also zwei Reihen. Ah, ich hab ihn. Es ist ein normales Skelett geworden. Ach so. Lol. Das hat die Eisenbrust... Ah! Die Eisenbrustplatte gedroppt. Haben wir schon da... Scheiße. Haben wir übersprungen. Alter, hä? Wenn man den Kopf aufsetzen könnte, das wäre überkrass, wie heftig der aussieht. Oh, ja. Kann der was? Nee. Schade. Wir sind bereit für das Finale. Fast Finale. Aber wahrscheinlich wird das Finale hier stattfinden. Wir müssen nämlich in den Nether. Ah ja, das ist ja nicht schwer zu finden. Das ist ja easy. Das ist eine Riesenfestung. Da geht gleich meine Kamera aus. So riesig ist die... Das sind riesige Ketten auch, ey. Oh, ja. Oh mein Gott. Was ist da? Ein dreiköpfiger Supergast, der hat drei Maschinen. Ein dreiköpfiger Gast. Holy moly. Wir haben nicht mal einen Bösen. Das ist wahr. Ich hab eine Spider-Canon. Kann deine Spider-Canon den einfangen? Oh, nee. Da ist so ein Schweinepriester. Oh, er schlägt mich sogar. Was ist, wenn wir die Dinger zurückschlagen? Okay. Du willst Stress? Du kriegst Stress. Kein Problem. Oh, Ben. Ben kämpft gegen einen dreiköpfigen Gast plus gegen drei weitere Gasts. Das Ding ist, hier ist sogar noch ein Gast. Hier ist ein Endermann. Was soll das? Ich verstecke mich gerade hinter dieser Mauer hier. Und Ben macht hier gerade einen heißen Bogenkampf. Hier hinter ihm ist so ein dreiköpfiger Gast. Einmal getroffen. Zweimal getroffen. Ich verstehe dir da seine Köpfe. Dreimal. Ah, stimmt. Ist das der letzte? Uh. Ausgewichen? Nein. Du bist jetzt nicht zu weit weg. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich hab Hunger. Warte. Ich krieg den. Ja. Nice. Hab ihn erwischt. Der Loot ist in die Lava geflogen. Schade. Wir sind jetzt im Nether Garrison. Also jetzt sind wir im Nether Garrison. Und dort gibt es noch den letzten Mutanten. Nämlich den Blaze-Mutanten. Nimm das Ding. Nimm das Ding. Ender-Ruler. Ender-Ruler. Ja, stimmt. Gute Idee. Geht nicht. Scheiße. Muss rausschwimmen. Hade, Ben. Kannst ja nicht rausschwimmen. Also hier drüben ist ein Blaze-Spawner. Aber das ist ja dann nicht der Mutant, oder? Das ist, glaube ich, nur ein Normal. Ah, hier geht's hoch. I see. Naja, das führt gleich hier. Da ist das. Da liegt der Hund begraben. Was ist hier denn los? Ja, wir haben leider kein Gold. Die Version ist so viel leichter, wenn man hier spammen kann. Ja. Oh, der sieht fett aus. Der ist auch ein Boss. Oh, guck mal, Idina. Das bin ich der Boss. Oh, das ist der Boss. Da unten ist er schon. Der klemmt die halt nur fest. Der sieht cool aus. Ich kann ihn nicht schlagen. Wo kommt die denn her? Da ist er. Ich kämpfe gegen den Boss. Und gegen seine Blaze-Skelette. Wow. Der war aber ganz schön schwach. Wieder einmal. Ich habe einen Blaze-Baseballschläger. Was? Zeig mal. Guck. Schlag die weg. Das ist aber jetzt eine Mauernummer, würde ich sagen. Kannst du mich weghauen? Warte, ich kann damit nicht schützen machen. Ah, das kann diese Schüsse machen. Wie cool. Bisschen langsam, bisschen in Slow-Motion, aber cool. Das ist echt so. Als könnte ich sagen, dass gerade der Server zusammenbricht. Okay, Leute, wir fliehen hier vor den Blazes. Dann machen wir ein Breakdance erst mal. Denn, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das waren die sieben neuen Mutanten. Haut da rein. Lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.